Hallöchen, Hallöchen! Ja, wir gehen weiter, oder suchen weiter. Ähm... Immer noch da, aber ich muss hier rüber. Eigentlich. Also hier waren wir. So, hier ist es den Pöschmann nicht. Dann ist so... Okay, für den Bisschen. Das Komponente etwas zu dünn ist. Legitus Saints bietet Ihnen eine erschwingliche Finanzierung für jeden... Ja, ich habe eine Haarschule hoch. ... größeren Eingriff. Gefährliche Krankheiten warten nicht mehr zum Kaltag. Darum warten Sie... Hm. Willkommen im Zirkus! So... Muss da rüber, irgendwie. Hm. Kann nur eins... ...ein zweiter oben sein. Ist es... Ist es das? Wer hat... Auf den Boden! Auf den Boden! Glaubst du mir von so einer Arme hält? Hahaha. Ich habe dich bei Souchong bestellt wie ein Abendessen. Ein wenig hiervon, ein wenig davon. Hahaha. Wohin willst du zurückkehren? Zu deiner Familie, die es gar nicht gibt? Zu deinen eingebildeten Träumen? Glaub mir, du wirst dich noch freuen, wenn dich endlich jemand von deinen Qualen erlöst. Bin ich wieder da drüben? Gibt es hier noch eine Treppe hier? Oh, shit. Ich bin hier noch eine Treppe. Hm. Hier ist auch nichts. Und auch nichts. Oh. So. So. Jetzt haben wir hier... Was ist das jetzt hier? Ich komm da rüber. Und da rüber. So. 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 Komisch hier. Gerade der Weg hier. Gibt mich grad komisch. Da ist auch überall. Habe ich wieder irgendwo was übersehen wieder. Wieder mal. Hier ist das Zimmer. In dem... Ah, war man da, war man. Ähm. Wo kann ich jetzt da hin? Hm. Das ist ein bisschen sehr, sehr komisch gemacht hier. es gibt es aus 8 suchen wir mal hier nicht so schwer sein irgendwas zu finden wieso brennt es da ist doch irgendwas wischen wir irgendwas warte mal jetzt haben wir hier stickstoff napalm hier 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 noch das safe ruhig mal 1 ruhig mal 1 kam hier her aber da muss ja irgendwas hier oben sein dann nix ist nun waffen aufgewählt gewesen wie geht es ja auch nicht weiter hier 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 das ist eine katastrophe da geht doch gar nicht Ja, wir suchen beider. Was ist denn hier noch eins? Das verstehe ich nicht. Das war alle weggehauen. Das war alle vergnüglichen. So. Hallo Männer, ihr wisst doch, dass Oben von zehn Frauen im Schwachstum. Da sind wir jetzt hinten. Also das ist jetzt der Weg. Ah, okay, alles klar. Und von da hin. Aber wo ist denn der Weg da hin? Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt. Keine Ahnung. Okay. Dass jetzt der Weg ist. Ne, dann krieg ich einen Anfall. Was ist denn der denn da oben? Was ist das? So. Kommen wir da vielleicht doch noch irgendwie weiter? Ne. Das ist heilig. Oh, hier ist nichts. Hinweis. Ich bin nichts. Warten mal, würde das sein. Ich habe es gerade richtig gelesen. Ich muss hier rüber wieder. Wachsen. Ich bin nichts. Ich bin nichts. Ich bin nichts. Ich bin nichts. Wollen wir das? Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Was ist das? Dann gaan wir noch aufhecken. geht das alleine ohne so soll darüber hinweis okay ich komme mit der karte hier noch nicht ganz so klar hier gerade werden an den apollo square umgesiedelt ich brauche diesen nein brauchst du nicht wieder noch da hinten sind so schlimm so wir sind hier unten ich gucke einfach mal wie wir hier weiterkommen richtig irgendwas angezeigt wird hier nicht ok ich spurt mir mal noch einmal mit der sicherheitsdienst von rapture hält nur die schlimmsten schwerverbrecher fest ist der rat dazu geht nicht das soll ja irgendwie von hier aus darüber aber das geht so wie es aussieht nur wenn ich code habe keine ahnung da kommen wir raus die gerüchte weiter verbreitest denken dann an mary raptures sicherheit ist auch unsere sicherheit die stecken alle die 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 ich glaube wir sind von hierher gekommen ne ja wir sind von hierher gekommen alles klar so dann müssten wir eigentlich ich glaube ich da drüben rein was ist das jetzt okay alles klar alles verbessern mehr nicht alles klar da hinten können wir noch einen reinsetzen ok so wir sind jetzt hier geht es wieder nach hoch da das wäre richtig so sind wir hier drüben aber wie komme ich jetzt in den fahrschule ja ich muss jetzt hier was finden ok hallo wir haben jetzt hier alles durchsucht ok dann gehen wir jetzt mal ganz nach oben so da komme ich weiter weil es nicht weiter geht ok wir müssen doch irgendwie weiter das ist das appartement so ich weiß nicht gucken wir einfach mal wir waren wir noch nicht wir waren wir nicht du bist bang du bist bang du bist bang hier 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 Okay, was haben wir denn hier? Ich muss rumfliegen. Ah, hier Bamba. Das war da hinten halt nicht. Ja, okay. Wäre ich nur hier wieder rausgekommen, okay. Was willst du jetzt hier oben? Das würde mich da echt ärgern. Das ist ja noch ein anderes Video oben. Aber ich würde auch erstmal sagen, die Folge ist hier erstmal vorbei. Und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Bis dann. Ciao.